Hallo, 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 kaufen, na, hey Kai, hallo, willkommen bei, Fib, hallo, wo ist Bob, der Name, was geht da hin, Arena-Eingang Knoten, auch wenn ich noch keine richtige Röstung habe, ich möchte mal kurz in der Arena, dann habe ich vielleicht ein cooles Tor da und dann kann ich da ganz schnell hinreisen und muss nicht mehr hin. Ich hoffe, ich kann mich dann da hinporten, aber ich kann ja gar nicht gucken, ob ich da hinreise. Hallo, die ist süßte Arena. Shit war es nicht. Okay, kann ich nicht verwirrt machen. Pff, findet die mich nicht sexy, du Tuse. Kein Händler? Hm, na gut. Mhm. Ich glaube nicht, dass euch die Gilde schon nominiert. Zuerst müsst ihr euch als würdiger Herausforderer erweisen. Geldnopi. Und hier ist kein Kalister. I hate you so much. Ich glaube, ich sollte den Hut absetzen. Ach, das war jetzt die Wegverschaltung. Hm. Wie komme ich denn in die Gilde? Ich meine, in die Arena rein. Oh, Fliegenvieh. Ich mag das nicht. Ja, sterb. Geht mir doch wurscht. Doobidoo. Ich glaube, die Verfolgten. Oh, da. Ah, das ist nicht hier. Das war's für heute. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Oh man! Oh man! Oh man! Ah man! Oh man! Oh man! Beim Legen. hier oh ja und hier komm Hallo Tür, ne? Wie geht's? Das soll Stärke sein. Da habe ich. Das soll Stärke sein. Na gut, ich glaube, ich brauche besseren Bogen, wenn mein Cutter nicht macht. Fuki Schmiede, das ist ja gerade wirklich. Fuki Schmiede. Hallo! Klop, klop. Hallo? Servia? Hallo? Immer reinstellen. Heldengilde. Ich will in die Arena. Also los, stell mir einen Vertrag aus. Nein, stell mir so eine komische Ausschreibung aus, die ich möchte so spielen. Hallo? Trefft euch mit dem Archäologen. Du mich auch. Hallo, du Ding. Mach mich stark. Wo ist es denn? Ich will da Tüne. Jetzt. Boah. Ja, komm, wir sind da überhaupt. So. Ja, hier, schon wieder. Tschulü. Genau gleich. Wart mal, das möchte ich jetzt mal nachgucken. Ich habe da was gesehen. Sekunde, hier ist auch weh. Soll ich noch nicht hier hin? Oder was soll der Scheiß? Ich weiß ja, ob das euch gewünscht. Hallo? Ist der somebody? Hallo? Ich kann auch Menschen sehen. Okay, da komm ich neinander mal wieder. So doof. Aber da ist der Archäologe. Du hast einen grünen Punkt, ich muss da hin. Ein nicht besseres Prostum. Ja, ja. Und au, wenn ich dann gruselig aussehe, sagt. Das ist ein Händler, damit ich mich händeln kann. Damit ich mich händeln kann, ja, ja. 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 Ja, ich bin halt super stark und so. Na? Du auch noch, ne? Ich weiß, dass ich bin halt toll und so. Und das. Wie könnte diese Tür heißen? Äh, Tür, äh, ja. Ich möchte auch nur bei mir sein, oder so. Keine Ahnung. Na, die Tür. Wie könnte sie heißen? Mit diesen Viechern, die dann da rauskommen, werden wir locker klar. Aber ich will nicht ihm, dass es den Rubin geben wird. Den möchte ich irgendwann in der Fall meiner Frau geben, die ich dann irgendwann mal in diesem Spiel haben werde. T-I-S-H. T-I-S-H. Was? T-I-S-H. Tisch. Tisch. Das war aus Versehen, weil ich die Viecher in der Kopf hatte. Okay. Und irgendwie aus Zufall war ich da auch noch draufgekommen. Ey. Geil. Hallo. War das falsch? Das war falsch. Okay. Menuh. G-I-S-H war falsch. T. T. S. T. S. E. E. Kla. Ha. T-S-E-H. E. T. S. Ha. Ha. E. T-S-H-E. T-S-H-E. Nee. T. Ha. Das ist es auch nicht. T. I. H. S. T. I. H. Oh, ich habe das gleiche Schirm. S. I. T. H. S. I. T. H. H. Scheiß drauf, ich gebe dem jetzt den Ding aus. S. H. T. I. S. H. T. I. 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 H. S. T. I. H. S. T. I. H. S. T. Okay, ich gehe schon. Ja. Nein, nein. Das sind viel zu viele Variablen und irgendeine davon ist richtig. Ja, super. Ja, aber Tempel. Wehe, du kannst mir nicht weiterhelfen. Du. Kleiner Schamerotzer. Wieso? Hehehe. Ich glaube dir nämlich nicht. Natürlich übernehmen. So, hallo du. Das ist nicht das, was ich suche. Ich möchte einen seltenen Stein. Das ist nicht das, was ich suche. Ich möchte... Ich hasse dich! Das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. воз